Wir haben ja mittlerweile Mitte November, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht wie mir, das Jahr geht wieder so schnell rum. In eineinhalb Monaten ist es schon wieder zu Ende. Und der Jahreswechsel ist ja für viele Menschen ein Anlass, sich nochmal Vorsätze vorzunehmen fürs nächste Jahr. Das macht man so, auch in Deutschland. Besonders beliebte Vorsätze sind mehr Zeit für die Familie haben, mehr Sport machen, weniger Fernsehen, finde ich gut, und gesünder essen. Das sind so die Vorsätze, die sich viele nehmen, die sich viele vornehmen. Und dann läuft das meistens so, man geht hochmotiviert ins neue Jahr, man plant sich ab sofort vielleicht mehr Zeit für die Familie, auch im Kalender ein. Man lädt sich eine App runter für Sport am frühen Morgen, vielleicht meldet man sich sogar im Fitnessstudio an, alles soll ja anders werden. Neue Vorsätze, ein neues Jahr. Und spätestens im März muss man feststellen, irgendwie ist doch alles beim Alten. Kennt ihr das? Das Jahr ist neu, aber das Verhalten ist beim Alten. Alles neu, alles beim Alten, das ist das Thema des nächsten Vortrags. Und der Text kommt aus 1. Mose 9, 1 bis 29. Dieser Text ist eine Mischung aus Alt und Neu, deswegen auch der Titel. Es gibt neue Aspekte, aber ein alter Auftrag und das ist der erste Punkt. Neue Aspekte, alter Auftrag. Das erste, was Gott macht ist, er spricht wieder ein Befehl aus zur Fortpflanzung. Das hatten wir schon in Kapitel 1. Und Gott wiederholt den Befehl, denn die Erde muss ja jetzt auch wieder neu bevölkert werden. Da heißt es im Vers 1, dann segnete Gott Noah und seine Söhne. Er sagte, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Und dieser Auftrag wird dann in Vers 7 nochmal erwähnt. Also innerhalb dieses Abschnitts von 1 bis 7 wird der Text sozusagen eingerahmt. Erster Vers, letzter Vers. Beide haben den Auftrag, sich zu vermehren. Das heißt, in diesem Abschnitt geht es um das Leben. Das lehrt uns bereits, Gott will das Leben. Nach wie vor. Man hat ja nach der Sinnflut denken können, was ist das für ein Gott, der so viel Leben tötet. Aber hier direkt nach der Sinnflut wird deutlich, Gott ist für das Leben. Er will das Leben. Und deswegen auch der Auftrag, sich zu vermehren. Noah tritt hier in einer gewissen Weise an die Stelle von Adam. In einer gewissen Weise ist Noah jetzt ein zweiter Adam. Er ist wieder der Beginn einer Menschheit und dementsprechend bekommt er den Auftrag. Weiter sehen wir aber auch in diesen Versen. Gott kümmert sich um die Speise des Menschen. Gott will nicht nur das Leben, Gott versorgt auch das Leben. Da heißt es in den Versen 2 und 3, alle Tiere, alle Vögel, alles was auf der Erde regt und auch alle Fische sind in eure Gewalt gegeben. Sie werden vor euch erschrecken und sich fürchten. Und alles was da lebt und sich regt, soll euch wie die Pflanzen zur Nahrung dienen. Also alles wie beim Alten, aber es kommt etwas Neues auf die Speisekarte und das ist das Fleisch. Bisher standen ja nur die Pflanzen auf der Speisekarte. Im Paradies gab es kein Tod, deswegen auch kein Fleisch zu essen. Aber jetzt, Gott sieht eben die Neuordnung. Er sieht, der Tod ist da und nun gibt Gott auch das Fleisch zum Verzehr frei. Ihr Lieben, das ist doch Gnade, oder? Gott gibt dem Menschen die Gewalt über die Tiere, die hatte der Mensch auch grundsätzlich vorher, aber jetzt auch über das Leben der Tiere. Wir müssen aber genauer hinschauen, es geht hier um Nahrung. Gott befürwortet es nicht, wenn man Tiere einfach quält, wenn man Tiere mutwillig tötet. Sie sind Geschöpfe Gottes, aber zu Nahrungszwecken darf der Mensch über das Leben der Tiere verfügen. Gott genehmigt den Fleischverzehr, er gebietet es nicht. Man darf auch gerne Vegetarier sein, wenn man will, aber es ist definitiv so und ich glaube, das muss man in der heutigen Zeit wieder sagen, es ist nicht unmoralisch, Fleisch zu essen. Es gibt ja Leute, die aus ideologischen Gründen Veganer sind. Heutzutage wird Ernährung zur Religion und man hält sich für einen besseren Menschen und letztendlich ist es ein Versuch, durch eigene Werke gerecht zu werden, wenn man sich vegan ernährt. Ich fühle mich dann besser, ich habe ein reines Gewissen, wenn ich kein totes Tier esse. Es ist nicht biblisch, Gott hat das Fleisch freigegeben, deswegen dürfen wir Fleisch essen. Aber auch hier wiederum eine Einschränkung und hier sehe ich eine Parallele zum Garten Eden. Denn in Vers 4 heißt es, nur das Fleisch, das sein Lebensblut noch in sich hat, dürft ihr nicht essen. Könnt ihr euch noch daran erinnern an die Haribo-Box, die für die Fruchtbäume stand? Gott sagt, ihr dürft von allen Bäumen essen, nur von einem nicht. Hier sagt Gott, ihr dürft das Fleisch essen, aber es gibt eine Ausnahme, die Parallele zum Garten Eden ist offenkundig. Sie dürfen kein Fleisch essen, in dem noch das Blut ist, denn Blut steht für das Leben. Uns fehlt die Zeit, das wäre ein großes Thema für sich. Im dritten Buch Mose wird das auch nochmal aufgegriffen, übrigens auch im Neuen Testament, in Apostelgeschichte 15, dass der Mensch kein Blut essen soll. Aber der Schwerpunkt ist ja hier auch wieder nicht auf die Einschränkung, sondern auf all das, was Gott freigibt. Gott ist ein Versorger. In den nächsten Versen sehen wir in den Versen 5 und 6, Gott schützt das Leben. Euer eigenes Blut darf auf keinen Fall vergossen werden, denn ich wache darüber und ich werde es einfordern. Jetzt kommt was Interessantes. Vom Tier wird Gott es auch einfordern, genauso wie vom Menschen. Ich werde Rechenschaft für das Leben jedes Menschen fordern. Wer das Blut vom Menschen vergießt, durch Menschen werde vergossen sein Blut. Denn der Mensch ist zum Abbild Gottes gemacht. Was Gott hier macht, ist, er stellt das menschliche Leben unter einen ganz besonderen Schutz. Das musste Gott bisher noch nicht. Also im Paradies musste er das nicht. Aber inzwischen gab es den Brudermord. Inzwischen gab es Lamech. Inzwischen gab es die Gewalt vor der Sinnflut. Und jetzt ist Gott dazu angehalten und sagt, jetzt gebe ich ein Gebot und ich stelle das menschliche Leben unter einen ganz besonderen Schutz. Warum? Weil der Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Ihr Lieben, der Begriff der Menschenwürde, der ist sogar in unserem Grundgesetz in Deutschland verankert. Der kommt aus der Bibel. Der kommt aus diesen Versen. Weil der Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ist, hat sein Leben mehr wert als das Leben eines Tieres. Auch das muss heute wieder neu betont werden. Vor einiger Zeit wurde ja in der Politik sehr, sehr stark diskutiert, ob man den Paragraf, ich glaube 219a, abschafft. In diesen Paragrafen wird verboten, für Abtreibung zu werben. Ihr habt die Diskussion sicherlich mitbekommen. Zur gleichen Zeit, die Grünen haben sich ja beispielsweise sehr, sehr stark gemacht dafür, dass man diesen Paragrafen abschafft. Man darf für Abtreibung werben. Dafür waren die Grünen. Zur gleichen Zeit, und das finde ich so paradox, sagt die Vorsitzende Katrin Göring-Eckardt in einer Rede im Bundesparteitag in Berlin Folgendes. Wir wollen, dass in diesen vier Jahren jede Biene, jeder Schmetterling und jeder Vogel in unserem Land weiß, wir werden uns weiter für sie einsetzen. Nicht, dass das schlecht ist. Ich bin auch dafür, dass man sich für Tiere einsetzt. Aber diese Parallele, das ist doch das Problem. Abtreibung, ja, aber wehe, ihr tut der Biene was zu leide. Man konnte vor einiger Zeit auf einem Auto zwei Aufkleber sehen. Der eine Aufkleber stand für Abtreibung und der andere Aufkleber lautete, ich bremse auch für Frösche. In welcher Welt leben wir? Da sind diese Verse so wichtig, theologisch auch. Der Mensch, menschliches Leben hat einen höheren Wert als das Leben der Tiere. Das macht etwas mit uns, auch wie wir mit Menschen umgehen. Klar, wenn man an die Evolutionstheorie glaubt, ist der Mensch nur ein etwas weiterentwickeltes Tier. Aber die Bibel sagt, nein, der Mensch ist nach dem Eben mit Gottes geschaffen. Gott hat ihm Würde gegeben und menschliches Leben muss geschützt werden. Das sollte uns auch dazu bringen, dass wir durchaus auch unsere Stimme erheben, auch wenn wir dann vielleicht mal einstecken müssen auf der Arbeit. Aber wir dürfen das so nicht stehen lassen. Wir müssen für den Wert des menschlichen Lebens einstehen. Wir müssen sagen, dass auch Behinderte einen Wert vor Gott haben. Dass auch eingeschränktes Leben, weil es trotzdem menschliches Leben ist, wertvoll ist. Und das muss sich zeigen, auch wie wir mit solchen Leuten umgehen. Es muss sich zeigen, wie wir mit Senioren umgehen, mit Kranken, mit Behinderten. Der Begriff der Menschenwürde ist so wichtig. Was ich aber in diesem Text auch interessant finde, Gott sagt selbst, ich werde die Tiere bestrafen, wenn sie einen Menschen umbringen. War mir so noch nie bewusst und dann gucke ich in den Text, interessant. Da gab es ja vor einiger Zeit im Kölner Zoo den Tiger, der die Zoo-Wärterin umgebracht hat. Der Tiger wurde erschossen. Das ist vom Bibeltext her, muss man sagen, zu Recht. Er hat ein Menschenleben gefordert und das muss vom Tier wiederum eingefordert werden. Er muss eine Strafe bekommen. Es bleibt vielleicht in einer gewissen Weise auch ein Geheimnis. Aber der Text sagt es, dass Gott, wenn ein Tier Menschenleben fordert, dass er es vom Tier wieder fordern wird. Gott schützt das menschliche Leben. Wir kommen zum zweiten Punkt. Ein neues Versprechen, aber es ist derselbe Gott. Ich lese die Verse 8 bis 12. Und dann sagte Gott zu Noah und seinen Söhnen, ich schließe diesen Bund mit euch und euren Nachkommen und auch mit allen Lebewesen bei euch, mit den Tieren, die in der Arche waren. Und ich sichere euch zu, nie wieder werde ich das Leben durch eine Wasserflut vernichten. Nie mehr wird eine Flut die Erde zerstören. Dieser Bund zwischen mir und euch gilt jeder kommenden Generation und jedem Lebewesen bei euch. Gott schließt hier einen Bund mit Noah und seinen Nachkommen. Es ist der erste Bund, der geschlossen wird. Und dieser Bund, mit diesem Bund verpflichtet Gott sich selbst. Es gibt Bünde im Alten Testament, da haben beide, ein Bund ist ja ein Vertrag. Da haben beide Vertragspartner Verpflichtungen, zum Beispiel Israel. Gott sagt, wenn ihr ungehorsam seid, werde ich euch verfluchen. Wenn ihr gehorsam seid, werde ich euch segnen. Aber hier haben wir einen Bund, der einseitig ist. Nur Gott verpflichtet sich. Er sagt, ich gebe euch ein Versprechen. Ich werde diese Welt nicht mehr durch eine Flut vernichten. Jeder Bund hat ein Zeichen. Im Alten Testament, der Abraham-Bund, hatte das Zeichen die Beschneidung. Der Sinai-Bund hatte das Zeichen der Sabbat. Der Noah-Bund hat auch ein Zeichen. Und das Zeichen wird in den nächsten Versen erwähnt. Und als Zeichen dafür setze ich einen Bogen in die Wolken. Jedes Mal, wenn ich Wolken über die Erde zusammenziehe und wenn dann der Bogen erscheint, werde ich an mein Versprechen denken, das ich euch und allen Lebewesen gegeben habe. Nie mehr sollen die Wassermassen zu einer Flut werden, die alles Leben vernichtet. Der Regenbogen wird in den Wolken stehen und ich werde ihn ansehen und an den ewigen Bund denken, den ich mit euch und mit allen Lebewesen auf der Erde geschlossen habe. Und dieser Bogen, sagte Gott zu Noah, ist das Zeichen für den gültigen Bund. Es geht hier um den Regenbogen. Natürlich kann man die Entstehung des Regenbogens naturwissenschaftlich erklären, aber wir dürfen nie vergessen, wer setzt die Naturgesetze ein? Gott. Und dieses Zeichen passt doch wunderbar zu dem Inhalt. Oder wie entsteht ein Regenbogen? Ein Regenbogen entsteht, wenn es regnet und die Sonne scheint. Jetzt versetzt euch mal in die Lage der Leute damals. Es hatte nie geregnet, bei der Sintflut regnet es. Das heißt, Regen ist immer Trauma. Kommt jetzt die nächste Flut und die Sonne scheint und sie werden an das Versprechen erinnert. Nein, es wird keine Flut mehr geben. Ein wunderbares Zeichen, das genau den Leuten Gottes Treue vor Augen malt. Ihr Lieben, ich möchte einfach nochmal betonen, Gott ist so treu. Im Psalm 19, da heißt es, die Himmel verkündigen die Herrlichkeit Gottes. In diesen Versen steht letztendlich, der Regenbogen verkündet die Treue Gottes. Wir leben in einer Zeit, in der Versprechen nicht mehr gehalten werden. In der Geschäftswelt, mündliche Verträge zählen doch nicht mehr, oder? Wo macht man noch mündliche Verträge? Hier und da. Vielleicht in anderen Kulturen. Aber mündliche Verträge zählen häufig nicht mehr. Wir halten oft unsere Versprechen nicht. Wenn wir Eltern sind, ich musste schon einige Male mich bei meinen Kindern entschuldigen. Ich hatte etwas versprochen und ich habe es vergessen. Mich nicht daran gehalten. Wir Menschen versagen oft, wir halten uns nicht an Versprechen. Aber wenn Gott etwas verspricht, dann hält er es. 7000 Versprechungen macht Gott in der Bibel. Und er hält sich an jedes Einzelne. Was haben wir für einen wunderbaren Gott? Er ist treu. Das führt uns zum letzten Punkt. Eine neue Situation, aber alte Probleme. Vers 18. Zusammen mit Noah hatten auch Sem, Ham und Japheth die Arche verlassen. Ham war übrigens der Stammvater von Kanaan. Von diesen drei Söhnen Noah stammen alle Völker der Erde ab. Noah fing an, Felder zu bestellen und legte auch ein Weinberg an. Eines Tages trank er so viel von seinem Wein, dass er betrunken wurde und entblößt in seinem Zelt lag. Das neue Leben nach der Sintflut nimmt seinen Lauf. Noah hat ja in den letzten Jahrzehnten als Schreiner gearbeitet, hat die Arche gebaut. Er macht jetzt eine Umschulung und wird Winzer. Der erste Winzer, er legt sich einen Weinberg an. Das an sich ist ja noch nicht unbedingt ein Problem. Wein kann aber eine Gefahr werden und sie wird zur Gefahr bei Noah. Er betrinkt sich. Er liegt nackt im Zelt. Dann heißt es weiter, Vers 22, Ham, das war einer seiner Söhne, der Stammvater Kanaan, sah ihn in seiner Nacktheit daliegen und erzählte es seinen Brüdern draußen. Aber Sem und Japheth nahmen einen Mantel, hielten ihn zwischen ihren Schultern und gingen rückwärts ins Zelt. Das Gesicht abgewandt deckten sie ihren Vater zu, denn sie wollten seine Nacktheit nicht sehen. Ham ist zur falschen Zeit am falschen Ort, würden wir sagen. Und er handelt auch falsch. Was hat genau Ham falsch gemacht? Hams Fehler besteht darin, dass er keine Scham empfunden hat, seinen Vater da so liegen zu sehen. Und er hat sich darüber lustig gemacht. Vermutlich ist er zu seinen Brüdern gelaufen und hat gesagt, Papa liegt nackt im Zelt. Das ist eine Schande. Eine absolute Schande, so mit seinem Vater umzugehen. Sich über ihn lustig zu machen. Natürlich hat er auch falsch gehandelt, Noah. Gar keine Frage. Das müssen wir auch betonen. Aber wie er reagiert hätte, wie er reagiert haben sollte, sehen wir an seinen Brüdern. Wie diskret sie mit dieser eigentlich peinlichen Situation umgehen. Sie hatten auch eine gewisse Ehrerbietung gegenüber ihrem Vater. Dann wird Noah wach. Da heißt es ab Vers 24, als Noah seinen Rausch ausgeschlafen hatte, erfuhr er von dem beschämenden Verhalten seines jüngsten Sohnes und sagte über einen von dessen Nachkommen, Verflucht sei Kanaan, der niedrigste Sklave wird er seinen Brüdern sein. Gepriesen sei Jahwe, Sams Gott, doch Kanaan sei ein Sklave von ihm. Dem Japheth gebe Gott weit im Raum und er wohne in den Zelten von Sem, doch Kanaan sei ein Sklave von ihm. Nach der Flut lebte Noah noch 350 Jahre. Er starb im Alter von insgesamt 950 Jahren. Noah wird irgendwann wach von seinem Rausch. Er bekommt mit, was Ham getan hat. Ja, es war sein Jüngster. Er bekommt mit, wie die älteren Brüder sich verhalten haben. Und dementsprechend spricht er nun Fluch und Segen über seine Söhne aus. Und an dieser Stelle ist es mal wichtig, dass wir ein bisschen zurücksoomen, um das größere Bild zu sehen. Denn das, was wir hier in diesem Fluch und Segen von Noah haben, das bestimmt ganze Völker. Interessant. Ham. Von Ham kamen die Kanaaniter. Das sehen wir auch im nächsten Vortrag. Von Sem kommen die Israeliten, die Semiten. Und von Japheth kommen die Nationen, die Heiden. Eigentlich kommen wir von Japheth. Das müssen wir wissen. Diese Infos kommen in den nächsten Kapiteln. Der Text sagt uns, die Nachkommen Hams werden Knechte der Nachkommen Sems sein. Das heißt doch, wer waren die Nachkommen Hams? Die Kanaaniter werden die Knechte von den Israeliten sein. Merkt ihr? Joshua, der Einzug in das verheißene Land Kanaan. Hier nimmt es schon seinen Lauf. Noah prophezeit. Gerade vom Rausch aufgestanden. Und dann so eine Verheißung. Dann wird es in Bezug auf Japheth deutlich, die Nachkommen Japheths werden durch die Nachkommen von Sem gesegnet werden. Das heißt doch, die Nachkommen Japheths, das sind die Heiden. Sie werden durch die Israeliten gesegnet werden. Und das ist Kapitel 12. Da sagt Gott Abraham, die Heiden sollen durch dich gesegnet werden. Also was wir hier haben, ist Heilsgeschichte in diesen wenigen Versen. Jetzt gehen wir aber wieder von der Makro-Perspektive zur Mikro-Perspektive. Und wir sehen der so vorbildliche Noah. Wir haben es gerade festgestellt. Untadelig. Ja, jetzt nicht mehr nach der Flut. Nicht mehr untadelig. Er hat es nicht geschafft, sündlos zu leben. Auch nicht nach der Flut. Das wusste Gott natürlich, dass die Flut die Sünde nicht aus dem Menschen rauswäscht. Aber umso trauriger ist es, dass das tatsächlich die Realität ist. Neue Situation, aber alte Probleme. Die Umstände haben sich verändert, ja. Aber das Herz des Menschen hat sich nicht verändert. Noah versagt als Vorbild für seine Söhne. Er liegt nackt und betrunken im Zelt. Was sollen die Söhne über ihn denken? Es kommt zum nächsten Familiendrama. Ham wird ausgeschlossen aus der Familie. Was denken Sem und Japheth über ihren Vater? Ist er noch ein Vorbild für sie? Wir merken, Sünde kann so viel kaputt machen, das geschieht in der Familie. Wir haben es bei Adam und Eva gesehen. In der Familie. Ein Riss zwischen Adam und Eva. Wir sehen es bei Kain und Abel. Ein Riss mitten in die Familie. Und Sünde nimmt ihren Lauf. Da, wo der Mensch nicht mehr nach Gottes Prinzipien lebt, da leidet doch auch das Miteinander. Wir lieben, dieses Drama zieht sich weiter. Bis nach Köln, bis nach Mainazagen. Wir sehen es. Wir bekommen es mit. Und gerade in der Weihnachtszeit, in die wir jetzt bald gehen, wird es doch am meisten deutlich, wie viele Beziehungen eigentlich kaputt sind. Durch die Sünde. So vieles liegt im Argen. Da stellt sich doch die Frage, wenn selbst die Flut es nicht geschafft hat, das Problem der Sünde zu klären. Wie kriegen wir das Problem mit der Sünde geklärt? Hesekiel 36 sagt, wir brauchen ein neues Herz. Echte Veränderung passiert immer nur im Herz, nicht in den Umständen. Das ist natürlich ein Bild, was deutlich machen möchte. Unser Denken muss sich verändern. Unsere Gesinnung muss sich verändern. Wir brauchen den Heiligen Geist in unserem Leben, der uns leitet und der uns stark macht, gegen die Sünde anzukämpfen. Ich möchte dich ermutigen, wenn du merkst, ja, das kenne ich. Ich gehe ins neue Jahr mit neuen Vorsätzen. Dieses Jahr will ich in Reinheit leben. Und im März merke ich schon, ich bin wiedergefallen. Dieses Jahr will ich mit der und der Sünde endlich abschließen. Und du schaffst es nicht. Es liegt nicht an den Umständen. Es liegt nicht am neuen Jahr. Es liegt nicht an, wer weiß was, an den Mitmenschen in deiner Umgebung. Es liegt an deinem Herzen. Deswegen möchte ich diesen zweiten Vortrag schließen mit dem Gebet, dass Gott an unseren Herzen arbeitet. Da, wo ein Problem wirklich gelöst werden kann. Dass wir Vergebung erfahren, dass der Herr unser Herz bestimmt und dass wir ihn allein in unseren Herzen anbeten. Dafür würde ich jetzt gern vor der Pause noch beten. Lasst uns aufstehen. Herr, wir haben festgestellt, dass echte Veränderung nur im Herzen geschehen kann. Und vielleicht ist uns jetzt keine sehr konkrete Sünde bewusst. Aber Herr, wir möchten dich bitten, zeig du uns, was in unserem Herzen ist. Unser Herz ist so trügerisch. Manchmal sehen wir es gar nicht. Wie verdorben wir eigentlich sind in unserem Herzen, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du uns zwei Dinge zeigst. Dass du uns auf der einen Seite die Sündhaftigkeit in unserem Herzen zeigst. Aber bitte zeig du uns dann auch deine Gnade, Herr. Veränder du unser Herz, dass wir dich ungeteilt anbeten, Herr. Dass wir wie Noah vor der Sintflut untadelig vor dir leben, Herr. Allein auf dich ausgerichtet. Dass wir wie ein Henoch Tag für Tag mit dir wandeln, Herr. Bitte stärke du unseren Willen, stärke du unser Herz, dass wir dir gefallen. Herr, und bitte geh du jetzt auch mit uns in die Pause. Wir danken dir für die Geschwister, die etwas vorbereitet haben. Schenk du uns einen guten Austausch. Amen. 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 Amen.